Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Heute machen wir mal ein Let's Play von Grand Theft Auto 4, die Ballade of Gay Tony. Am Herbop bin ich schon angelangt und rein in die All der Mule. So. Tschirknowk Milkwotgi, der Laster. What? Ich verstehe dich nicht, Digga. So, dann machen wir euch mal schnell stumm, was nicht böse gemeint ist. So. Oh, da hat sich aber schon was angesammelt hier. Leute von heute, ein ganzes Autoherr von Fahrzeugen. Und ich werde auch verfolgt. Das heißt, ich steige mal schnell aus und töte mal den schnell. Das geht relativ schnell und relativ simpel. So, zack und weg ist er. Lalalalalala. So, YouTube Gamescom's Headset ist auch schon weg. Und jetzt müssen wir nur noch diese, so, LCDP-Pullys ausschalten, die hier manchmal rumläuft. Sorry. Ja. Ah. Mann, 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 Mann. Die Lederjacke, die ist schon relativ robust hier. So, gehen wir mal hoch, Leute. Und ein Helikopter steht für mich bereit. Es ist mitten in der Nacht, es ist dunkel, es ist kalt. Neblig ist es ein bisschen auch geworden. Nee, nicht mal das. Es ist sogar ein klarer Tag heute. Aber was ich an die Ballade aufgeht, wo ich so gerne schätze, das wisst ihr, ja, ist einfach, dass man halt eben Fallschirmspringen kann. Und das ist halt einfach was Schönes, was Schönes. Das macht Spaß, Fallschirmspringen. Und wollen wir doch mal einen Helikopter angreifen, was man auch gerne tut, wenn es mal einem langweilig ist hier. Leute von heute, da brenne ich doch echt. So, Absprung in die Tiefe. Mit Fallschirmen. Lalalala, hier schwebe ich mal runter. Au! Oh, ich klicke über. Zehn Sekunden, Leute. Das ist doch auch mal eine Leistung. So, Leute. Kleines Let's Play von GDA4 war das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator. Ciao.